Ja Servus Leute, heute wollte ich euch diese Seite hier zeigen den Hoster hier ja der vermietet Gameserver Minecraft Server, CSS Server, Call of Duty Server und jenes halt hier seht ihr auch die Server Team Fortress Server, Left of Dead Server finde ich eigentlich sehr super die Server sind super, die haben gar keinen Lack, haben fast download ja ich kann mich halt nicht darüber beschweren ja und so sieht es in Webinterface dann aus ja so sieht es dann aus, hier ich habe einmal Minecraft Server, 10 Slot Server und einmal CSS Server, 16 Slot dann wollte ich euch schon mal den Minecraft Server zeigen wie das dort so aussieht ja hier so sieht der aus ganz simpel sieht der Anfang aus, wenn ihr den Starten wollt, drückt ihr auf Start, Stoppen, Stoppt der Server hier könnt ihr den Backup installieren, ganz leicht hier habt ihr den Screen Lock wie der Teil alles was alles auf dem Server passiert ist und jenes halt alles mögliche und hier Maws und Addons könnt ihr drauf klicken welche Maws was ihr haben wollt auf dem Server und könnt ihr den direkt über das Webinterface installieren sehr simpel, sehr super würde ich sagen, findet man nicht bei jedem ja und danach hier wenn man das hier drückt Addon installieren drückt man drauf Addon installieren, dann installiert er den und dann muss man nur noch den Server neu starten und dann fertig und wenn man den deinstallieren will, Addon installieren drauf drücken, dann ist er weg, Server neu starten und dann ist er klar alles wieder fit ja so soweit war es schon mal von mir und so sieht es dann im Game aus so sieht der Server halt aus so Leute, so sieht das dann aus ich hab halt nicht viel dran gemacht ich hab bis jetzt keine Lachs gefunden ich hab die Map halt neu aufgesetzt aber der Server ist super der leckt nicht naja ich würd's euch nur empfehlen wenn ihr einen Minecraft Server haben wollt würd ich nur den empfehlen ist auch gut vom Preis her ja und das war's auch der Support ist auch super so sieht's aus so sieht's aus ja